Und damit seid ihr gerüßt dem Nebzwerge Gnome Orbitz und Endodem zu einem weiteren Gamescom-Lets-Test in Nieder-Inner-Boof-Online-Gardens-Story. Die spielen wir jetzt hier. Die Atem-Town-Demo. Okay, Z und X muss ich mir merken. Und ja, hier bewegen wir uns. Okay, Options. Können wir die Musik noch ein bisschen leiser stellen, das wäre mir ganz lieb. Musikvolumen. Aha. Willst du mich verarschen? Dann halt nicht. Ah, okay. Hat sich hier zuerst geändert. Okay, machen wir es so. Dann Play. Schauen wir mal. Okay, ich guck mal kurz. Können wir hier vielleicht Options nochmal anwählen. Ja, ich würde vielleicht mal die Sprache umstellen wollen. Wenn das geht. Scheint gerade nicht zu gehen. Okay. Ich kann das nicht auswählen. Also in Englisch. Ich weiß gerade gar nicht, womit ich jetzt hier steuere. Ah, mit Z. Let's head. Let's head up to Autumn-Town. Before it gets too late. I'll meet you up ahead. Okay, up, down, left, right. Interact. And row. And run. Okay. Ich bin die kleine Pflaume hier. Aha. Come back safe. Concoct. I'm still counting on you. Aha, okay. Ähm, na dann machen wir uns auf den Weg. Light Attack. Heavy Attack. Ah, verstehe. Die verprügeln können wir nicht. I came out to wish you luck. Once we establish the walls between us, we'll be able to build so many new things. Okay. Wie wir uns bewegen und wie wir mit Leuten reden und wie wir Sachen attackieren, haben wir schon gelernt. Fog feels cool to the touch, comparable to the forest mist, but thicker and colder. Okay, okay. Heading off, Concorde. I'm buying a new resource. If you're looking to carry some extra coin with you. Blue house might find something you wanna buy in Amazon Town. Ähm, ähm. Wahrscheinlich NOPE. Das kann auch bestimmt aus dem Müll gehen, oder? Können wir nochmal. Options. Display, Gameplay. Language Settings. Gibt es die auch. Controls, Sounds. Geben nix. Hm. Tja, schade. Concorde. You've got a daunting task ahead of you. Aha. Since the wood... What? Collapsed most of Ontum Town. The villagers have been in dire straits. But if you can reconnect our trade routes, we can give them the relief they deserve. Many of us Spring Hamlet militias fled in their time of need. The town is a mess, so I am giving you this map to make sure you don't get lost. Just get on the lift and you will be on your way. Take care of yourself Concord, we will be here waiting for you. Map get. Continue. Ok, dann mal voran hier. Die Karte können wir wieder öffnen. Achso, so können wir rollen. Die Karte. Hm, tja. To Plantation Village. Ähm, den Fahrstuhl sehen wir an, guck mal. Ok, dann kommen wir nicht hoch. Ein Fahrstuhl. To the Lift. Ok, wo geht es hier lang? Pick Up. Können wir machen mit Tee. Aha. Das sah hier, fährst du einen Schlüssel aus. Aha. Und etwas Glitzerndes sehe. Gut, das bringt ja aber nichts. So. So. Ich glaube wir müssen mal weiter nach... in die nächste Stadt, in die nächste Stadt. Ganz genau. Oder auch nicht. So. 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 Okay. War mir fast schon klar. Fast. Looks like this used to be an old bookkeeping house. Tad bit dated in architekturial taste. But I am very certain it's getting eaten by the rod of her. We can bring up inside then you ready for me to send the lift back down. Yep, capital. Let's start moving while it's still a bit light out. Ok, is he going down or what? Don't worry, we are back in the Hamlet soon. I promise. For now, let's focus on what's next. Ok, is he going down or what? We are going down or what? Oh, Fogarino. Hannah. I've seen comfier places to sleep in the rod then. At least it's good books, I guess. For the last time you are very eager to find your own place to sleep tonight. I was kiting. I was getting to the part where I call comfort overrated. On the topic of comfort we should get our rest now. It will be pretty buzzy tomorrow. I'll put some stuff on the request board outside for you, Concord. But that you can wait. Being awake sucks. And I'm about to hop on the snow screws. You can take the pillow leave, Concord. I've got some palm water upstairs. Okay. Good night Concord. Let's just get some rest. Okay. Okay. Die Tür ist verschlossen. Können wir nicht lang. Der Schrank ist auch verschlossen. Sleeping. Das wäre nicht schlecht. West. I'm just gonna go update's. Next. Next. Oh, hey Concord. Morning. Morning. Wemers already started their day. I think you are waiting for you, right outside. Also, take this and it will give you a hard start on your book collection. I'm gonna need books and get the broken tone back on its feet. You won't be able to collect everything you need and write this, but it's something to keep in mind for it. Okay, Westen müssen wir jetzt nicht mehr Pflanze zerstören, müssen wir jetzt auch nicht. Okay, da ist schon Rana, Ui, Concords! Up and at M we got a lot of due today. I've put up everything we need to do on this request board. Usually, villagers will put daily tasks they need done here. But it's just you, us and Fuji. So, just for today, I'll accompany you to the task. There's a trader up north in the rare field. But I think that's a good place to start. There's a way to end old sheet. Have to pick ready to, I can smile the words from here. I'll meet you up ahead. Okay. Wir haben das Aufgabenboot. Treat Repair Wands. Mit C können wir liefen. So, nach oben müssen wir. Gibt es noch Wasserbrunnen? Ich z bognen. Das ist hier zu tun. Das ist klar, wir können wir uns auch selbst auftanken. Oder selbst gießen. Wie komme ich da jetzt lang? So wahrscheinlich, indem ich die Blume verkloppe. Oder was sonst? Hm, ok, kann man vielleicht die Blumen irgendwie gießen, oder was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Tja, erst mal die Tasten gedrückt, Tja, ich blick da irgendwie nicht durch. Ich meine, über den Tag können wir irgendwas machen. Aha! Oh! Hier sind wir jetzt durchgekommen, sehr schön. Hat doch länger gedauert als notwendig. Okay, da ist Rana. Also, watch out for these years. There's a reason, some of them are still untouched. If I would always get stuck in one, it won't take much to freedom. However, it might be good to practice free fighting before we venture out further. I'm going to look ahead, take your time. Okay, jetzt müssen wir kämpfen üben. Pick up. Gib nichts zum Pick upen. Gut, wir folgen einfach mal der Rana, wo auch immer die hingegangen ist. Over here, Concord. Come meet the traitor. There's got a few questions for you. Let's do it. Oh, hallo traitor. You must be Concord. Hey, hey, hey. Rana just told me of your jollies. How funny to see a guardian in autumn town. In autumn town. It's been quite a long time. I know what the frog wants, but what could Spring Hamlet's flooding guardian want? Um, that's vielleicht. Sounds like another adventure. Seeking these were secrets. Foolish. By this part, I've seen a lot of villagers go down there. I'm waiting to help, but I need to know. Yeah, it's gonna perish down there. There's some what's popping up there. Show me you can take care of them and I'll help you on your journey. Ok. Schleime besiegen. Es ist jetzt hier ein kleines putziges Comic RPG, das wir jetzt hier spielen. Euch kann ich nicht besiegen, doch Euch kann ich besiegen. Versuch nicht zu sterben. Ach so, das kleine Herz lebt ja noch. So ein paar Münzen sammeln. Und ein paar Herzen. Das ist Monsterherzen. Your outsiders should know how to tassel. It's not my support, but I appreciate it now. Oh, that small building used to belong to a server janitor. They left a long time ago, but it should have the key. Might wanna watch out, that home was in better days. Okay. Macht kaputt. Sehr gut. Mach alles kaputt hier. Ach so, da ist auch noch ein Monster drin. Mach alle. Oh, ich habe noch ein Leben. Es wird knapp hier. Oh, hier kann ich mich setzen. Sehr schön. So, hier müssen wir rein, wo das Ausrufzeichen dran ist. Oha. Was ist mit euch los? Oho, look how tiny you are. Das my Gefäng. My logic from limitates toouthwrechenling. Um, gut. Oh, quite brave for such a small thing. Bigness of heart. I can see, where you were much too big to leave, but come to me with say too big words und ich will dich mit etwas zu holen. Ich werde dich hier sein. Okay, ich soll was bringen. Fahre, ich accepte. Ich bin zu groß, um zu raus zu gehen. Aber warum gehen wir raus, wenn ich mein bestes in hier bin? Okay, können wir wieder raus hier? Jetzt du spitworts zu mir, und ich versuche, du wirst nicht verantwortet werden. Okay, können wir nicht mehr raus gehen oder was? Doch, können wir. Eine kleine Rappagurke. Ich habe es nicht gegettet. Okay, haben wir wieder Quests. Na komm, hier noch ein paar. Wir werden Leute bekämpfen. Zwei Münzen brauche ich noch. Dann habe ich irgendetwas voll gemacht. Irgendwie hier. Oh, jetzt bin ich gestorben oder was? Concord has perished. The world slips away. Von einem Schleim getötet. Rest. Scott can't sleep. Concord can't sleep. Okay. Na dann. Gut. Bin ich einmal hier gestorben. Ich wache mal wieder auf. So. Na dann. Ich mache mal durch. Was wir relativ spät erst bemerkt haben, dass wir hier durch können. Watch out for these years. Okay, das hat sie schon gesagt. Das müssen wir alles nochmal von vorne machen ab hier. Das ist sehr fies. Na komm. Das kriege ich. Wahrscheinlich keine Münze. Pick up. Okay. Müssen wir nochmal mit ihm reden oder was? Ach wann. Lässt nochmal wieder pullen hier. Dabei hatten wir doch schon fast alle Münzen und hatten hier schon. Ziemlich viel erledigt hier. Das sind unser Leben da oben. Fünf Leben haben wir. So. Ein paar schleime Schlachten. Na komm. Hört auf das Dorf anzugreifen. Jetzt habe ich nur noch vier Leben. So sieht es aus. Drei Leben. Drei Leben. So. Okay, das haben wir schon. Das hatten wir schon. Ah. Vorletzte Münze. Hier waren wir noch nicht drin. Okay, was haben wir hier? Ich habe einen Schlüssel. Sehr gut. Ich nehme die Schlüssel mit. Könnten wir gebrauchen. Können wir den mal besiegen. Vor uns besiegt. Ja gut. Kommort hat es perished. The wall slaps away. Ja gut. Na dann, dass es so gewesen sein für das kleine Test jetzt hier. Ich habe hier mal kurz reingeschaut. Hier ein bisschen. Wird statt gelaufen. Ich würde sagen. Däumchen nach oben. Soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neuer seid. Wenn ihr das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Wir sehen uns. Wir hören uns. bald wieder. Im nächsten Letztest. Im nächsten Let's Play. Ja. Bis dann. Ciao würde ich sagen. Ja. Bis dann. Ciao. Ja. Habt einen guten Tag. Abonniert meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao. 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 Ciao.